Sehr So, und damit Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ich bin ein bisschen Belichtung, Michtung ist ein bisschen scheiß, weil ich eine andere Kamera verwende Aber es ist gerade einfacher für mich die Kamera zu verwenden Als mit der Kamera hier zu synchronisieren Heute kommt die Auflösung vom Gewinnspiel Ich muss immer rüber gucken, damit ich sehe, ob er jetzt drauf ist Ob ich hier irgendwas zeige, was ich nicht zeigen darf Ich habe jetzt hier zwei Zufallsgeneratoren ausgepackt Einmal von 1 bis 3 Eigentlich dumm, aber ich mache es trotzdem so Dann generiere ich jetzt gleich hier eine Zahl Und das ist der Gewinn, den ihr bekommt Ich habe ja vorher festgelegt, dass das hier der erste Gewinn ist Das hier der zweite Gewinn Und die Paysafe-Karte der dritte Gewinn Und so lose ich das dann aus Ich lose erst den Gewinn aus Und dann müssen wir jetzt, können wir hier richtig mal einfügen Load Comments Das sind genau hier 532 Comments Ich habe schon, ich habe mich gerade hingesetzt Ich habe das, ähm, okay, schon bereit Ich habe schon versucht, so viele Kommentare wie möglich zu löschen Die doppelt waren Ich habe auch eigentlich jeden, der mehr als 5 Kommentare Also jetzt, wenn man zum Beispiel einen Kommentar geschrieben hat und dann noch einen Kommentar Habe ich nur noch das eine, habe ich einen Kommentar gelassen Aber wenn man wirklich nur gespammt hat, dann habe ich einfach alle Kommentare gelöscht Das ist man selber schuld Ähm, pick the most like recent comment Randomly pick winner Wir nehmen jetzt hier, zack Oh, direkt der erste Platz geht an Starfire, denke ich mal Nice Ähm, kann ich mal direkt auf seinen Channel gehen Videos, hat er Videos hochgeladen Vor einem Tag Ach komm, gucken wir uns mal einfach an Ich habe eh genug Zeit hier Ich glaube, er hört den Ton aber nicht Redet der auch? Na, ich glaube, hier wird nicht geredet Minecraft, das Projekt Ein Livestream Minecraft, WW2 Beta WW2 Beta Reupload Wahrheit über die KMN Gang Naja Auf jeden Fall hast du gewonnen Ähm Kanal Info Ist da irgendwas stehen? Ne Ich werde dir gleich eine Nachricht senden Ich lasse den, äh, mal hier offen Ich tue den auf diese andere Seite Äh, so Dann nehmen wir jetzt den nächsten Platz Ist dann Platz 3 Also die Paysafe Card Bekommt Louis Claire Sau cool, dass du sowas Äh, sowas auch machst Finde ich echt geil Okay, Louis Claire Ich glaube Ich hoffe mal, ich kann dir eine Nachricht senden Ähm Ja, ich kann dir keine Nachricht senden Haha Ich hoffe mal Die Leute sehen das hier Ich habe ja gesagt, nach einer Woche Ähm Werden Die Gewinne neu verlost Ich hoffe mal, Louis Claire sieht das hier Bringt ja nichts, wenn ich so weiter mache Ähm Ich werde das schon irgendwie regeln Okay, auf jeden Fall Louis Claire bekommt die Paysafe Karte So, dann ist halt nur noch eine übrig Ist halt die 2 Können wir eigentlich sein lassen Den Scheiß hier Sondern kommt jetzt der zweite Und den bekommt Barry Chang Ich würde mich sehr freuen, wenn ich gewinne XD Okay, Barry Chang Du bekommst den zweiten Scaf Auf dir kann ich auch keine Nachricht senden Ich werde das jetzt gleich mal irgendwie regeln Das war es eigentlich schon mit dem ganzen Hokus Pokus hier Also Starfire bekommt den Regenbogen Controller Barry Chang Barry Chang bekommt den Plasma Controller Mit den gebogenen Paddles Und Louis Claire bekommt die Paysafe Karte 20 Euro Ich werde euch jetzt alle anschreiben Louis Claire und Barry Chang Werde ich denke mal in den Kommentaren Antworten auf den Kommentar Weil dann Kriegen die Benachrichtigungen Ich hoffe mal, die kriegen Benachrichtigungen Dann können wir das irgendwie regeln Ansonsten werden die 2 Wenn der Controller hier Und die Paysafe Karte neu ausgelost Dann würde ich sagen Bewertet das Video Kommentiert es Und bis zum nächsten Mal Leute Ciao